So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Wieso steige ich jetzt ab? Egal, auf jeden Fall, es ist ein... Naja, was heißt, es ist ein bisschen was passiert. Ich habe noch mich umgeguckt und so weiter dort eben in Tallenberg halt wegen diesem Bruchstück von Sabah. Aber nichts. Oh, was haben wir denn hier? Nein, im Quest! Nein! Okay, ich werde da hinreisen. Auf jeden Fall, ja, nirgendwo dieses Bruchstück von Sabah irgendwie zu Gesicht bekommen. Keine Ahnung, wo das ist. Ich habe dann versucht, einen im Schlaf zu begrabbeln. Der hat mich natürlich erwischt und jetzt bin ich in Tallenberg als gesuchter Dieb mal wieder gefleckt. Und dann wollte ich eigentlich jetzt hier, bin ich jetzt hier zum Kloster gereist und auf den Weg dahin. Und dann gab es natürlich mal wieder einen Überfall, den ich aber diesmal nicht ausweichen konnte und wurde von einem Kumanen angegriffen mit einem Speer in der Hand. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, okay. Den habe ich aber erfolgreich bezwungen. Der hatte ein paar Kleinigkeiten dabei gehabt und jetzt wollte ich eigentlich die Hauptquest weitermachen. Und jetzt habe ich dieses... Den Stern gesehen. Das heißt, es gibt dort eine Nebenquest in diesem neuen Dorf hier. In diesem... In diesem Dorf hier, wo wir noch nie waren. Hier, Sam... Samu Pescher Schenke... Genau, in Samu Pesch. Samu Pescher Schenke. Das ist hier bestimmt der... Der Wirt. Hallo. Gott sei mit dir. Wie stehen die Dinge? Hm. Alles klar. Dieser Geschmied ist seit Tagen wegen des Rataia-Tournees niedergeschlagen. Er lässt sich aufmutter. Vielleicht hilft ja meinen Schnaps gegen den Kummer. Soll ich ihm den bringen oder was ist los? Wie stehen die Dinge? Sonst was? Nicht übel, denke ich. Dann quatschen wir doch mal mit dem Schmied. Lass mich raten, der hat doch bestimmt auch hier ein Buchstück von Saba, oder? Hier haben wir einen Händler. Hier ist der Schmied. Hi. Ich frage ihn erst mal. Tja, ja, da kann ich dir nicht helfen. Wir sind hier am Arsch der Welt. Nicht mal ein Pilger kommt hier vorbei. Und so schnell konnte ich gar nicht lesen. Was? Ich sage nochmal. Und selbst wenn, was täte ich dann mit so einem Relikt? Und womit würde ich es bezahlen? Okay, er hat wohl so ein Ding nicht. Oder was ist los? Dann fragen wir, was los ist hier. Ach, das Turnier. Es wühlt mich immer auf. Warum wühlt dich das Turnier auf? Es wirkt traurige Erinnerungen an meinen Sohn Svato Pluk. Gott hab ihn selig. Er hat Schwerkkämpfe geliebt. Als er noch klein war, hat er gegen seine Freunde mit Stöcken gekämpft. Später hat er jahrelang jeden Groschen gespart, um sich eine richtige Waffe zu kaufen. Es dauerte nicht lange, bis er alle möglichen Angriffe und Finden beherrschte. Als er dann von Herrn Hanusch Turnieren für das gemeine Volk erfuhr, war er so gleich zur Stelle. Okay. Wenn ich ein Steher, kam er auf dem Kampfplatz zu schaden? Bei Gott nein. Dank Herrn Hanusch Regeln tragen die Teilnehmer höchstens ein paar blaue Flecken davon. Streng sorgt er dafür, dass sie jeder befolgt. Hat dein Sohn je das Turnier gewonnen? Oh ja, mehr als einmal. Svato Pluk war zwar nicht der Stärkste, aber flink wie ein Wiesel. Und er hat mit Leib und Seele gekämpft. Okay, was ist hier los mit seinem Sohn? Tja, ein Kerl namens Schwarzer Peter nahm teil. Man nennt ihn so wegen der Farbe seiner Rüstung. Den haben wir doch vermöbelt. Was? Aber Svato Pluk war fest entschlossen, ihn zu schlagen. Und hat jede freie Minute für das Turnier geübt. Er ließ sich sogar vom rupigen Hauptmann Bernhard schinden. Beim letzten Turnier konnte er den Schwarzen Peter dann tatsächlich bezwingen. Aber er kam an jenem Tag nicht heim. Erst dachte ich, dass er bestimmt nur in Ratai seinen Sieg begießt. Aber als er auch am Morgen nicht heimkehrte, machte ich mir Sorgen. Gerade als ich mich aufmachte, nach ihm zu suchen, kamen Händler. Sie hatten ihn bei der Straße gleich nach Ratai gefunden. Er war noch am Leben, aber fieberte und zitterte am ganzen Leibe. Ich rief sofort einen Heilkundigen herbei. Doch letzten Endes brauchte er nur noch den Pfarrer. Oh, was? Okay. Was ist denn hier los? Mord? Mord oder was hier? Den haben wir doch vermöbelt. Ich hörte mich um, aber niemand wusste mehr zu sagen, als dass er ein hochnäsiger Bastard ist. Er kam immer nur für das Turnier und verschwand dann mit dem Preisgeld. Hatte Swartopluck Verletzungen? Nur ein paar Schrammen und blaue Flecken vom Turnier. Aber nichts wirklich Ernstes. Nicht einmal der Knochensäger wusste, was ihm widerfahren war. Du hattest recht, was den schwarzen Peter betrifft. Ein zäher Bursche. Aber, ob du's glaubst oder nicht, ich habe ihn besiegt und das Turnier gewonnen. Gott lobt, gut gemacht. Und hast du etwas über den Tod meines Jungen erfahren? Nein. Nein, nichts Konkretes. Sei's drum. Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass man jetzt noch irgendwas herausfinden kann. Danke, dass du's versucht hast. Okay. Was? Das war's oder wie? Hallo? Okay, ich... Achso, scheiße, erspeichert. Haben wir jetzt die Kiste automatisch... Ist sie jetzt automatisch abgeschlossen? Ja, Spiegel speichert. Zu viel weiß ich jetzt auch. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Hier habe ich irgendwas zu schnell gedrückt oder so? Ich habe keine Ahnung. Spiel gespeichert. Okay. Okay. Äh, tote Reden nicht. Kurz mal den Questlog ansehen. Ja, zählt, okay. Zählt leider schon als erledigt. Jetzt, äh... Oh Mann. Äh... Hier, tote Reden. Ich hatte mir die ganze drei Geschichte über Sabine Zahn angehört und daraufhin selbst antun. Leider musste ich dem Spiel mit sagen, dass ich nichts herausfinden konnte, das zu aufklären, dass man da beitragen können. Oh Mann. Ich hätte... vorher vielleicht doch mit ihm quatschen sollen. Verdammt, ey! Was ist denn nur los, ey? Was ist denn nur los, ey? Messer scharf? Schleifen von Waffen. Aha. Okay, aber er hat kein Buchstück von Saber auf jeden Fall. Oh Mann. Ich bin echt damit überlegen, ob ich, äh, auch dort bei der Quest, bei dem Buchstück von Saber auch irgendwie mal nachschaue. Wo die sich befinden. Bei drei haben wir ja schon, und uns fehlen zwei, theoretisch nur noch. Ja. Naja, egal. So, wir machen uns jetzt mal, ähm, würde ich sagen, auf den Weg Richtung Hauptquest. Zup. Jetzt nochmal kurz hier gucken. Hier hinten haben wir noch was. Oder was hier? Gucken wir uns das nochmal an. Was sich hier versteckt. Und dann können wir theoretisch hier zu dem Treffpunkt. Ja! So. So. Ich bin. Alchemie? Was? Oh, da ist was. Ah! Ich hab da einen Kräuterkundler. Okay, hier haben wir einen Kräuterminnikon. Das ist ein Mopischer Kräuterweib. Hallo. Ich will mal gucken, was die so hat. Gift, das kennen wir schon. Katerbär. Hier haben wir auch noch eine Schatzkarte. Die Schatzkarten, die machen wir auch mal irgendwann, äh, bei Zeiten. Konservierungsmittel, Wassertrank, das wird er und es braucht sieb. Ja, sieben Tollkirschen hat die. Wo finden die die immer, ey? So. So. So, ganz schön teuer, junge Dame hier. Uh, das ist... Sind wir uns einig? Das wird sie gleich da sein. Was bist du nur für ein Knauser? So. In Ordnung. Vielen Dank. Und jetzt können wir uns aufmachen Richtung Hauptquest. Dann werden wir uns jetzt mal dieser komischen Gruppe anschließen. Wir haben ja sozusagen in Anführungsstrichen den Pius getötet. Also, das ist unser offizieller, äh, unsere offizielle Ausrede, sozusagen. Ja. Und. Au, offizielle Ausrede. Naja, ihr wisst schon. Unser, unsere... Unsere offizielle, äh, Geschichte. So, dass wir das auch erledigt haben. Ja. Und damit wir hier direkt Mitglied werden jetzt bei dieser komischen Gang. Weil die wollte ja uns testen, ob wir auch wirklich zu denen wollen oder nicht. Ja. So. Ich guck mal kurz da auf die Karte. Oh, verdammt. Wir müssen auf die andere Seite. Oh, nein. Wir müssen jetzt hier, äh, wirklich komplett einmal außenrum. Okay, alles klar. Apropos, alles klar. Ich guck erst mal. Energie 55. Ich würde sagen, wir legen uns nochmal zwischenzeitlich hin hier im Gasthaus. Dann können wir eh nochmal speichern. Geh noch was essen oder so. Ah, Mensch. Unser altes Zuhause hier. Das Kloster. Ja. Ah, apropos, wir haben doch hier, äh, noch ein Buch, ne? Äh, eine Notiz. Denk dran, steig vom Tor des Glaubens zwischen dem Schatten der Kathedrale und dem Holzzaun hinab und durchquere räumütig das trockene Flussbett unter der großen Brücke. Halte wie Moses ohne Furcht das Wasser im Zaum. Steig hinauf zu trockenem Land. Und zwischen den Rohrkolben finde ich einen Glauben in dem Busch. Hier ist nichts. Ein Schatten der Kathedrale. Das ist eigentlich die andere Seite, oder? Quere die große Brücke. Hm. Was ist damit schon wieder? Oh. Ich hasse Gräben. Steig vom Tor des Glaubens. Zwischen dem Schatten der Kathedrale und dem Holzzaun hinab. Welchem Holzzaun? Schatten der Kirche und ich bequere räumtig das trockene Flussbett unter der großen Brücke. Ich wollte hier eigentlich eigentlich schlafen legen. Also zwischen dem Schatten der Kathedrale und dem Holzzaun. Cool. Hm. Hm. Okay, ich darf ja hier sein anscheinend. Ich bin runter. Schatten der Kathedrale, Holzzornbrücke. Ach, ich krieg's schon wieder nicht hin. Kann ja eigentlich doch noch dann auch nur hier sein, oder nicht? Holzzorn? Hier ist ein Holzzorn zumindest. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Die Rätseln sind ja manchmal schon sehr strange. Ich glaube, es kommt drauf an, oder? Oder hier, Holzzaun. Schatten der Kathedrale. Hier ist auf jeden Fall Schatten. Und hier ist ein Holzzaun. Ich steige hinab zum Flussbiet unter der Brücke hindurch. In den Fluss rein. Zu Land. Ja. Oh. Wahnsinn. Hier. Versteckter Minzsack. Alles klar. Ja. 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 Wenn. Ja. 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 Na gut. Also, jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Große Brücke. Das ist doch keine große Brücke. Das ist doch keine große Brücke. So, Peppels, wir reiten mal. Wir reiten wie der Wind. Und zum nächsten Gasthaus geschwind. Ja. Und ruhen uns aus. So. Ui. Ja. Alles klar. Es, äh, Peppels will nicht. So, hier können wir uns jetzt, äh, mal kurz was zu essen schnabulieren und so. Und, äh, haben wir denn noch was an Essen dabei? Ah, trockene Wupps halt, ne? Trinkwascher? Hier können wir mal was essen. Ja. Das sollte passen. Ja. So. Dann, äh, legen wir uns mal schlafen. Eine Runde. So. Bis 19 Uhr. Wir müssen ja schließlich gestärkt sein, wenn wir diesen Verbrechern gegenüberstehen wollen. Inzwischen schlafen. Dez. 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 Achso, hat er jetzt hier nicht gespeichert? Ne? Ne, hier können wir noch schlafen. Okay. Es regnet schon wieder. Das gibt es doch gar nicht. Ich gucke mal noch schnell, ob der Crema auf hat. Oder noch auf hat, besser gesagt, damit wir noch ein paar Sachen verkaufen können. Dann gehen wir nochmal zum Schmied, lassen uns reparieren. Was rennt denn der hier so? Hier hinten war doch der Laden, oder nicht? Okay, hier ist ein Rüst... Achso, das ist der Rüstmeister, egal. Hallo? Der Meister Otto. Beste Grüße. Hallo. Gucken wir mal Reparatur. Äh, ja. Ja, ja. Ist okay. So, die hauen wir mal weg. Den hauen wir mal weg. So, da geht doch bestimmt noch was, hä? Oh Gott, wie der Cut geguckt hat, ey. Ja, geht doch. Gucken wir mal noch mal beim Schneider hier. Hallo? So, wir bereiten uns jetzt schließlich vor auf unsere Hauptquest. Oh, das ist ganz schön teuer. Zehn Kilometer Abstand. So. Okay, da sagt er auf jeden Fall nein. So. Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Nein. Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ach, der ist so, ja. Ein bisschen mehr. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Björk. Okay, das haben wir. Pardon. Eine Runde waschen. Und jetzt nur noch zum Schmied und dann sind wir, glaube ich, soweit erst mal vorbereitet. Auf die Begegnung wieder mit dieser, äh, Truppe. Und vielleicht kriegen wir dann endlich raus, wer für die ganzen Sachen hier verantwortlich ist. Für, äh, die Ermordung von meinen Leuten in Skalitz. Die Geldfälscher. So. Gott segne dich. Das kann ich für dich tun. So. Ah, wegen des Schwertes, genau. Äh, ja, das können wir, das machen wir irgendwann dann, wenn wir Zeit haben. Hier, die komanische Axt. Ach, die brauchen wir gar nicht. Okay, hier können wir. Da möchte ich die Axt bitte verkaufen. Die Axt, das Ritterschwert, das da brauchen wir nicht. So. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Lala, da geht doch noch was. Hier, 70, komm hier, neun Groschen nur. Nur neun Groschen mehr. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Endlich eine vernünftige Summe. Zack. Wunderbärchen. So, wir sind jetzt nämlich auch schließlich auf der anderen Seite. Dann werde ich schon mal vorreiten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der Hauptquest. Ja, dann geht's jetzt wirklich endlich weiter. Bis zum nächsten Mal erstmal. Ciao.